sie die jacht jetzt wird ich gebe sie mir mal die schwarzen sagen so cool sein also an dieses wort denken muss mich nur gewöhnen äh, kennst du das aus LoL nicht? ähm, kannst du die Frage selbst beantworten? ja, aber Fufu und Tim, die sagen, dass du musst... ja, aber ich, ich, äh, probier, ich bin der Kontrapart zu den beiden alles, was mit LoL zu tun hat, bin ich Anti lass dir mal, wenn du Fufu siehst, wabbel, lass dir mal von Fufu die Geschichte erzählen, als ich LoL mitgespielt hab nein du hast mich falsch gesetzt äh, sag, 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 sag nicht, sag nicht, Mannes Hannes hat schon mal einen Parcie sein PC mit IP aufgeschaltet ja, ja der Hannes vom Hannes der Hannes vom Parcie scheiße, gleich hab ich nichts mehr zu trinken äh, wir fahren einfach rum, wir suchen hm und wird man findet auch nicht nur wo Spiel oder Zombies ist echt zum Kotzen ich habe die MkMotter bei ich sterb gleich ohne Schuss abzugeben sie ist nicht schon kommen egal wie sie die Landschaft ist ich habe Mini-VH und Sal dabei wenn was ist hier die wie heißt die Brannibor ne? Da war ja auch voll lange nicht mehr rechts statt also ich war wirklich übertrieben lang nicht mehr ja komm genauso safe wie Novi wo war Romanov Nummer? Ach da unten es sind so viele Leute von Martin und Deine Online von Martin? Wer wohnt denn in Martin? ja da in Molotovs die Rem-Leute die Empire-Leute wenn du da den Weg erlangt hast kriegst du safe action ich warte immer auf meine Pommes ich bin eigentlich aber hungrig hier wo kann man hier drücken? nein er muss da draußen rum fahren kurwa kurwa danach fahren wir nach Seven wenn hier nichts passiert ist die MkMotor online? ist die MkMotor online? nicht hat die uns vorwerfen dass wir äh stream snipen oder so aber ich glaube der ist nicht online ja das können wir auch mal kurz gucken ob der online ist ne ist er nicht high looking schon high looking schon was ist der Peri-Stream? ich glaube der ist nicht online war es eigentlich falsch bei den Leuten die streamen alleine spielen und dabei trinken und nach draußen gesuppelt das hört sich aber irgendwie auch nach Spaß an naja schon lange nicht mehr so richtig gesuppelt ja aber der spielt und warte warte geh weg weg fall links hinter der Feuerwehr steht irgendwas irgendwas stand da hinter der Feuerwehr 100 pro wenn es ein Zombie war aber der ist ja dann auch nicht von uns halt mal hier oben an jetzt halt mich hier oben an ich habe irgendwas hinter der Feuerwehr gesehen da steht einer da steht einer an der Feuerwehr an der Feuerwehr ganz hinten dran steht er ja ganz hinten 100 pro 100 pro ich habe ihn zweimal gesehen jetzt der ist dahinter der ist dahinter also jetzt sehe ich ihn nicht mehr aber der war auf jeden Fall dahinter 100 pro gehst du links rum? oder sonst gehe ich eben wo bist du denn? bist du hinterher? ja dann bleib du da wo du bist war du rechts ich geh nach links rum wo ist er? wo ist er? wo ist er? ich habe ihm mal das wichtigste gelassen also wenn du noch Tools brauchst die liegen hier noch alles gut das geht bei jedem bisschen random das meiste hab ich ihm mal liegen lassen ich hab's trinken Zementsack und äh Pickaxe oh Zombie verpiss dich ich balle jetzt um okay Gigi wieder nicht ab wieder kein Schuss abgegeben läuft bei mir ja wir sind eh wir sind eh ein bisschen zu zu risky dass wir alle mal alleine das Ding aufmachen da ist eh nix drin oder? ja deswegen ist es auch noch nicht so schlimm aber wir gewöhnen uns da jetzt zu sehr dran ich mach dir auch schon ich mach dir auch schon ich mach dir auch schon fährt das gelbe Auto? ne ne also das sei mir meistens mal so aus es ist auch gar nicht gelber aber sonst alles gut haha aber jetzt jetzt so fresh über die Wiese wenn sie das wäre so schön ich hab irgendwann mal wenn du so Bock hast ein geiles Video zu machen dann muss ich mir Bescheid sagen weil ich kann mich so quasi auf das Tor stellen und ja das ist schwer zu beschreiben das sieht mega geil aus dann steht man so quasi auf dem Tor außerhalb der Stromhut quasi vor der Mauer als wenn man so'n 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 Leichnam ist der da hängt okay ja also hier die der 3 zwei Spieler oben 2 Spiele renn Renau rechts 90 Grad schnell diese gleiche an Sicherheit schnell ein was ist so knapp boh Junge was ein Schuss ich glaube das war nur eine bei der anderen vielleicht Zombie ne ist kein Zombie da rennt noch einer ja ich bin wieder Level 3 ich war da hinten und ich probiere an der Straße abzufangen wenn er da hinten rennt ich habe noch nicht vorbeilaufen gesehen ne ich warte jetzt hier an der Feuerwehr äh da wo das Krankenhaus ist er ist bestimmt in dem gelben Haus oder so die verbinden jo er kommt auf ihn ach so du hast ihn dann getroffen ok gut ne da rennt er da rennt er siehste er rennt jetzt Richtung Krankenhaus warte ich kann nicht sehen das ist hinter den Tannen da an der gelben Garage ist er grad er kommt jetzt gleich bei mir auf den Weg gelaufen 2 1 das Risiko nein ich habe ihn nicht getroffen er hat auf jeden Fall geblutet ein bisschen zu sehr gespult vielleicht er ist ja wohl getötet oder sollen wir einfach drauf scheißen weil eh nur Feuchy ne aber der hatte mir Geld geholt ja ok komm dann holen wir ihn ja gut wir müssen ja Prioritäten setzen ich habe doch ein bisschen stumpf den Wagen da mit noch verstraßen zu lassen ja der hat mir gut ich meine dass er eben schrubbt klar ja schiss dass der mich gleich über den Haufen schießt wenn ich hier rumrenne der sitzt hundertpro in irgendeiner Ecke der kommt da jetzt immer so schnell raus glaube ich ja von mir aus können wir auch auf den Scheißen und was mit der gelben Hose ja stimmt wohl soll ich die gelbe Hose haben? ja du das ist nicht irgendeine gelbe ist das ja alter natürlich warum frage ich auch von Kikker der sitzt bestimmt hinter der Mauer und guckt zur Försten können wir schon betten ich geh jetzt hier in dieses äh hohe Gebäude rein ich weiß gar nicht mehr wie das heißt ja ich weiß nicht oh da gibt es hier drin unten geil Winterklinik Winterkleidung nice oh das geil ich wusste ja dass die hier spawnt in diesem Bürgermeisterhaut wie es kommt alter ich mach das gern mich mich hier hast du die ganze Impuls? nee ne doch nice Junge war er das? lol der ist bestimmt verblutet ne wie geil der war bestimmt Oberstück geil Hammer vor allem du hast auch nicht reagiert ne im Ernst jetzt? ich hör dich schießen ja los in die Stadt Schau ok herzlichen wo genau ist der jetzt? Der ist neben der Feuerwehr in deine Richtung gelaufen. Hinter der Feuerwehr in die Stadt. Ja, kommt genau auf mich zu. So OP. Mini-V-Heart. Ich hab mir gefällt. Boah, er hat mich... Ich bin fast tot. Hab ich ein Glück. Ich hab null Blut. Ich hab Mini-V-Heart auf ihn geschossen. Und dann hat er das irgendwie überlebt. Ich hab genau auf ihn drauf geschossen. Ich hab wirklich null Blut, aber ich blute nicht mehr. Aber, ey, diese Dinge sind echt OP, ne? Ich brauche unbedingt Blut. Aber der ist am Krankenhaus, oder? War ja nicht am Krankenhaus irgendwo? Ich bin immer zu spielen, ne? Mit den Sachen. Ja, ich bin ja, ich war pinkeln, ne? Ja, ich hab halt nur Angst, dass ich unmächtig wäre bis dahin, weißt du? Ich hab also einen Schlag und ich bin dauernd. Ich hab null Blut, ne? In der Hauptstraße dahinten. Können ich hab mal jetzt überlegt, oder so, aber um sieben? Fertig, boah. Dann können wir Action mitmachen. Ja, ich weiß nicht, wie lang... Wie lang ich noch mach? Schauen. Alter! Bei mir im Rucksack. Chris'n Penkeler von mir. Also das Antiseptikum soll ich jetzt mitnehmen. Ja, nimmer. Das ist geschnüffelt. Ich glaube auch. Dann geh nur mal denken, ne? Ja. Boah. Na, ey, in dem Moment, wo ich's mir gegeben hab, bin ich ohnmächtig geworden. Tschi, tschi. Glück gehabt. Zudecken kannst du dich. Nein, 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 ich mein Spieler. Ich dachte, ein Spieler kommt. Ich bin jetzt wach. Oh, ich hab mir der erste Schritt Blut. Ich bin jetzt nicht mehr ohnmächtig. Auf jeden Fall. Komm, was ist ein Asi, Alter. Ich würd sagen, hoch zum Auto, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich will die Wecke. Ich guck mich mal die eine Leiche an. Ah ja, die gelbe Hose. Ja, die finden wir, glaub ich, nicht mehr. Aber da war noch die andere Leiche. Hier, diesen. Als wüssten wir nochmal nach RaniBot. Ach, ich weiß, warum der nicht umgefallen ist. Ach, das Game ist doch echt schlecht, Alter. Ja, ich hatte EpiBalls drin, direkt von Anfang an. Ja, ich hab mich schon gewundert, weil ich dachte auch, ich hab den auf jeden Fall getroffen. Und der ist einfach weitergerannt. Liegt das daran, dass ich EpiBalls drin habe, wie ich das im Gear habe, in der Reihenfolge? Musst du deine App drücken? Ja, ich möchte ja, wenn ich gleich die Pistole ziehe, dass ich dann direkt die Tranquilizer drin hab. Hab ich jetzt auch. Jo, daran lag's. Ja, daran ist was. Warte, lass mal hinfahren einfach. Ich hör was, ich hör was. Auf einer anderen Straßenseite. Noch einer, noch einer, noch einer. Noch einer? Okay, ich hab auch kein Blut. Ich schieß einfach nur vor sich selber, ne? Ich kann ja nicht sterben. Versteck dich. Boah, ich hab Headshot gedenkt, alles schwarz, Junge. Aber du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Oh, alles schwarz. Stalker als Kind OP. Ich pass jetzt nur gerade auf, nicht dass hier irgendein Angerad kommt und wir kriegen nichts mit von hinten. Ja, die hatten keine guten Waffen. Nee, nee, nee. Komm, fahren wir nach Hause, ne? Stimmt, du hast ja Nullblut, ne? Okay, weil ich hab ja nur einen Strich, ich brauch da nix essen unbedingt. Ja, das reicht ja, Hauptsache wir fallen nicht raus. Boah, wir haben halt einen weiten Weg vor uns, ne? Und beide Nullblut, wir müssen auf jeden Fall ein Krankenhaus gleich irgendwo anhalten. Müssen wir gucken, wo irgendeins ein bisschen abgelegen von der Dingens ist. Ich würde sagen, ich fahr vor, damit du dann mit der Dischke hinterher schießen kannst. Lass mir kurz überlegen, hätte ich das in Side gesagt, ey, oh. Hast du eine SD? Ey, Tränke, dann. Soll ich hier mit G6m aufschießen? Ja, mach eben, schuld das Auto nach, dann kannst du das Auto nehmen. Kein Blut, kein Blut. Och, Kacke. Ist das? Leerer. Kack Blut, Beute. Komm, wir campen uns einfach auf die Brücke, dann kannst du in Ruhe eine drehen und ich erst meine Pommes. Und wenn er da kommt, können wir mit der Dischke mit draufschießen. Ja, hab's dann gedreht. Ach, schade, dann drehst du schon mal zwei, drei im Vorausgleich. Ja, ja, genau, hier wollte ich auch bleiben. Wir bleiben so stehen, wir können über die Autos schießen. Also du kannst dann da reinfahren mit dem roten Auto und ich bleib hier stehen. Warum weiß ich nicht da hin, da so zu packen? Low Driver, EU West. Wow, wie ich am Wackeln bin. Vielleicht gehst du besser an den Garner, meiner wackelt einfach zu krass. Dann guck du Richtung, da hast du auch bessere Sicht, Richtung da, wo wir herkommen und ich gucke in die andere Richtung. Okay, ne, 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 richtig geil. Eine Woche später, also ich war jetzt mit dem Ding. Tod? Ne, ne, nur ein paar Knochen gebrochen. Alles krass. Okay, ich bin ready. Du ziehst dich gefahren, den Gott. Ist mir egal, wie du möchtest. Ist auch egal. Oh, schade, dass es gekommen ist. Okay, ich bin nicht, dass es böse sagt, dass er eigentlich nicht gemeint ist. Ich sehe keinen Zombies bisher. Aka? Fahr, fahr, fahr. Auf mich auch. Warum halte ich denn an? Ja, fahr, fahr mal durch. Ich habe auch nirgendwo Zombies gesehen. Turbohr an und los geht auch immer mit zinslich leer. Da oben im Wald muss man kurz anhalten. Oder meistens, ne, hier ist die Base. Fuck. Keine Schüsse von der Weis? Ja, das wohne ich auch. Was ist denn los heute? Wo sind die alle, ne? Ich kann so viel Glück haben. Benzin ist leer. Tschüss, tschüss. So, habe ich denn was dabei? Ich habe noch zwei Volle. Ja, okay, sehr gut. Ich habe nämlich nichts dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es geholfen hat, aber... Okay, damit müsste ich irgendwie von Hause kommen. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest vom Benzin her, auf jeden Fall. Ja, nur noch Leifest, das müssen wir schaffen. Ah, ich sehe schon unsere Leute, die Techs von hinten. Fällt sich gut an. Wieder eingefahren, die Dinger. Ohne Scheiß, von 7 bis hier, ohne Spielerkontakt. Okay, einmal... Was war das jetzt? Bin einfach tot und Motors aus. MK16. Von wo? Der steht mitten auf der Straße dann. Scheiße. Junge, ich habe nichts gehört. Einfach bei euch auf der Straße muss das passiert sein. Ich habe nichts gehört, gar nichts. Hallo Björn. Ich habe nichts gehört, einfach geht der Motor aus. Bei mir tot und dann... Der kann ja mit dem Auto erstmal nirgendwo wegfahren. Ich habe gerade drauf geschossen. Auf Ihnen darfst du das Auto. Der ist mitten auf der Straße. Auf einem Loch jetzt? Soll ich mal machen? Halt noch kurz durch, das sind die Typen von vorhin wahrscheinlich. Ey, kein Sound, gar nichts, ne? Nichts gehört. Inher, was für ein Auto hattest du? Der roten VW. Nee, das war mehr zu unserer Base hin noch. Wir können Freunde werden. Ich glaube, der hat dich gekillt. Paraguay. Paragy. Richtig so, holt euch den Penner. Oder. Wir haben das ein bisschen oberhalb, ja? Ja, mach ich so, ne? Nichts, sondern das werden beide dann drauf. Es gibt zu lange, Nico. Äh... Siehst du was? Ich seh, ich seh, ich seh. Oh, was? Sag den anderen, wo? Nico, fahr mal rein. Wie, ich seh, ich seh. Aber der Bunker ist irgendwo vor uns gleich. Hol die neulich, hol die neulich. Nice. Hey Rizzi, was hab ich gerade noch gesagt? Danke vorhin. Danke voll. Danke. Nice, gut, Jörn, good job. gut ziehen ich höre schon hier nach der Kutschein ein Party muss die Führung war ein 60er kurz vor 10 ich denke ich komme nicht mehr mit ich war schon losig jetzt nicht komm mal an, damit er mal einen großen Rucksack hat Hitler das mal hier aufmachen Was ist ein Rucksack drin? Ja nimm dir wo? nimm dir irgendwas Mikasa 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 Ich hab nicht mal ein März… Abgesch grabbed Aha Bei dem ist der Amokläuf sogar Süße Im Amokläufle Ha Queensland Juhi people ... nicht mehr keine Koffe Nice call, der war richtig So, jetzt bin ich mal gespannt, das hab ich auch noch nie gesehen Ich muss das hier in eine Fahrrad legen Ja, ist mir klar Will einer freiwillig aufs Dach gehen? Aber der macht so heftig drauf, ne? Das ist richtig krass Echt? LOL Eigene Anlage gebaut, ey Wär cool jetzt, wenn keiner Witze über Öfen und Vergangenheit macht Das wär echt korrekt Dann kann ich das nämlich laufen lassen, das Video Ich hab eben am Schmerzen mit dem Fall Ich komm, Wein ist neu Ich hab echt in so'n Versuch gerade Ich weiß Oh Jungs, das geht los Kommt ein Roller? Er hat's echt sein, ne? Bubble smoke sich ein Der Papst ist gewählt Ne, ich hab's halt so fein Das sieht aus wie ne Crash hat, Alter Guck mal ob was drunter liegt Das war's schon, ne? Mhm Legierung aus Eisenmetall Fahr mal direkt alles rein, Björn Ach, ihr habt's schon? Ja, höchstens Reifen bräuchten wir noch, ne? Reifen, richtig Aber ich würd eher sagen sogar, dass wir nochmal Dings machen, Scheiben oder so Aber Jungs, wenn wir jetzt nicht rumfahren, dann wird's zu spät Ich würd sagen, wir fahren jetzt trotzdem rum Ja, ich würd sagen auch Aber es wird sonst zu spät, alles Ich will vorher den Rücken unterziehen Ja, okay, stimmt, der ist natürlich nicht unwichtig, ne? Boah, Junge, richtig neu ist der Wagen Können wir bitte irgendwas zerstören, mal langsam? Nein, nein, man, komplett irgendwie Da links steht ein Auto, das können wir doch mal zerschießen, eigentlich Aber wenn was du? Danke Oh! Oh! Ja, so ein bisschen rumgeballast ist jetzt nicht so schlimm Lass uns einfach Spaß haben, gar nicht rumflamen hier Alter, du kannst ja Spaß dir auch Ja, läuft bei uns, ich hab mich auch richtig lieb und so Ich lösch das ganze Spiel bald, wenn das so weitergeht Da ist ja gar nichts mehr los Früher Beilauf, weil die Kriegsstadt holt schlechthin Moosberg, wo ist und Co, alter Aber das hier niemand ist Ganz entspannt Krieg hat ich kommentiert, ich sete Erste Stolkestadt, jedenfalls April, put your fucking weapons down Er wird erst mal geschlagen Er wird erst mal geschlagen Er wird erst mal geschlagen Warte, ich kill kurz die Zombies Pass auf, pass auf, pass auf Hab ihn Hab ihn, hab ihn, hab ihn Mit dem System die Zombies killen, ich schieß ihn dann nochmal down Ja, ich war schnell hoch Er wird jetzt gefesselt Nice Die Zombies kommen auch nicht mehr rein Ist das überhaupt ein Deutscher oder was ich das war? Guck wie das jetzt da Hahaha 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 Der hat sich befreit, ne? Ja, wir stehen mit dem Diegel hinter ihm Ja Der macht aber nichts Ja, komm was Ihr hättet wenigstens die Antwort nur abwarten können, ey Hör mir keinen Warte, warte Ich kill, der kann nichts mehr Hälter Wir haben alle Headshot Hälter 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 bootete bootete hält gut ich glaube das ist jeder killgeil na ich hab den typ schon gespottet im Wald ich will meine Mutter ich will meine Mutter ich mach mit sorry, was du sagst? hast du eine letzte quiche? ich hab den Mac auf Headshot gedrängt komm alle mit lass alle mit rum sitzen make it quick ok stellen wir uns auf und schießen gleich alle gleichzeitig bei 3 lass uns alle zusammen bei 3 schießen oder? komm, stellen wir uns nebeneinander warte doch nicht warte doch nicht ich zähl runter ich zähl dann runter im Direct und dann gehts los ich bin ready ich schieße dich nicht welche Schüsse von uns? ja 3 3 3 2 1 Feuer 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 5 10 10 6 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 15 16 15